Bären. Einst waren sie in Europa weit verbreitet. Heute kommen europäische Braunbären nur noch in wenigen abgelegenen Regionen vor. In den Alpen sind die Tiere extrem selten. Entsprechend groß war die Überraschung, als Mitarbeiter des Schweizer Nationalparks nun einen weiteren Bären nachweisen konnten. Mithilfe einer Fotofalle schien er regelrecht ein Selfie von sich aufzunehmen. Für eine dauerhafte Rückkehr der Bären in die Schweiz kämpft die Forstingenieurin Joana Schönenberger. Sie will helfen, Ängste und Vorurteile den Tieren gegenüber abzubauen. Wir sind hier im Münstertal und hier ist eigentlich die Hauptwanderroute der Bären, die in die Schweiz führt. Also das Münstertal hat sich wirklich als Superbärenland entpuckt. Die Tiere stammen aus Italien. Wenn Bären heranwachsen, werden sie irgendwann von den Alten vertrieben. Bei solchen Auseinandersetzungen sind die Jungtiere stets unterlegen. Sie müssen abwandern und sich eigene Reviere suchen. Vor allem junge Männchen können dabei weite Strecken laufen. Ein Bär startete seine Reise in Italien, durchquerte Teile der Schweiz und Österreichs und wanderte rund 300 Kilometer Luftlinie bis nach Bayern. Bruno der Bär. Heute im Museum. Im Sommer 2006 eine Sensation. Zunächst gefeiert, dann zum Problembär erklärt. Und schließlich abgeschossen. Sein früher Tod machte ihn endgültig zur Ikone. Plüschtiere in Spielzeugläden und Todesanzeigen erinnern an den tierischen Helden wie der Willen. In anderen Regionen Europas wie in Rumänien ist die Nachbarschaft von Bären und Menschen ganz normal. Angelockt vom Geruch der Mülltonnen wagen sich manche Tiere hier sogar bis in die Städte. Eine gefährliche Situation. In der Schweiz möchte man solche Probleme vermeiden. Viele Bären gibt es hier zwar noch nicht. Seit 2005 sind etwa 15 Exemplare eingewandert. Doch auch wenige Tiere können Schäden anrichten. Daher gibt es in den Alpen eine simple Lösung. Bären-sichere Mülltonnen sollen dabei helfen, Konflikte mit Menschen zu vermeiden. Wir wollen gut auf die Bären vorbereitet sein hier. Weil hier kommen sie ja durch. Und mit Abfall schaffen wir Anziehungspunkte für Bären. Und deswegen ist es besonders hier wichtig, keinen Abfall offen rumstehen zu lassen. Und diesen Abfall eben auch sozusagen zu schützen vor Bären. Ein weiteres Problem stellen Bienenstöcke dar. Denn Bären können Honig und Bienenlarven einfach nicht widerstehen. Diese Erfahrung musste auch die Imkerin Renata Bott machen. Ja, das war natürlich ein halber Schock, weil wir waren ja nicht vorbereitet. Der erste Bär hat uns einen ziemlichen Verlust gebracht, dadurch, dass er uns diese 20 Kästchen geklaut hat und aufgebissen. Nach den ersten Verlusten ließ Renata einen Elektrozaun um die Bienenstöcke bauen. Das ist eine ziemlich einfache Sache, aber es gibt natürlich schon Tricks dabei. Und daher passiert es, dass die Nase des Bären oft das Erste ist, das den Elektrozaun berührt. Und das ist eine feuchte Stelle und sehr sensibel. Und das funktioniert also sehr gut, wenn der Bär einen Elektroschock kriegt. Auch in Bayern rechnet man mit weiteren Bären auf Wanderschaft. Doch in der bergigen Landschaft der Alpen lassen sich Nutztiere nur schwer schützen, wie etwa im Berchtesgadener Land. Bären gibt es hier zwar momentan noch nicht, aber schon einen Bärenbeauftragten, Manfred Wölfel. Nach den Erfahrungen mit dem Bären Bruno wollen die bayerischen Behörden diesmal besser vorbereitet sein. Also ein Bär war ja schon im bayerischen Alpenraum und die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wieder einer kommt. Und von daher ist ja jede Maßnahme, die Schäden hilft zu vermeiden, wertvoll. Marmanu Abruzese sind Herdenschutzhunde, die seit Jahrhunderten dafür gezüchtet werden, Raubtiere vom Vieh fernzuhalten. Das System ist also nicht neu, sondern nur in Vergessenheit geraten. Die Schäferin Renate Aschauer hat sie für ihre Herde wiederentdeckt. Die Herdenschutzhunde leben in der Herde, bewachen ihre Herde. Sie sind einfach eine Familie. Das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten, dass wir diese Hunde angeschafft haben. Meine Herde ist jetzt wirklich ganz entspannt. Zurzeit beschützen die Marmanus ihre Herde nur vor Füchsen und wildernden Hunden. Aber immerhin, das System funktioniert. Es ist wichtig, dass wir uns einfach vorbereiten auf Wolf und Bär. Also einfach große Beutegreifer kommen zurück. Wir wissen, Nutztierhaltung, gerade die extensive Beweidung ist da betroffen. Es gibt Übergriffe und es gibt dann Emotionen. Damit es nicht so weit kommt, setzt man in einigen Regionen der Alpen auf Prävention, um Konflikte zwischen Mensch und Tier schon im Vorfeld zu vermeiden. Denn auch in Zukunft werden sicher weitere Bären aus Italien nach Norden wandern. Darauf wollen die Schweiz und Bayern vorbereitet sein, damit Brunos Brüder nicht auch im Museum enden. Bis zum nächsten Mal. Schön. Vielen Dank.